so guten morgen es geht los die fahrräder sind drauf und wo es hingeht seht ihr jetzt schon die insider wissen das ist nämlich die tafel für spanien bzw spanien und portugal die haben diese dicken roten streifen diese drei italien werden nämlich fünf schmalere rote streifen und was ich jetzt auch noch mitbekommen habe es ist gar nicht unwichtig dass diese von links unten nach rechts oben laufen andersrum könnte es zu einem bußgeld kommen also kleinigkeit bitte darauf achten und gestern hatte ich euch noch den tipp gegeben und euch den gaskasten gezeigt aber bei 1000 klicks hat dann einer mal eine antwort gegeben und die war auch noch falsch diese leuchtende orange flasche ist von repsol und auf dem dunklen band steht propano das ist die spanische propangas flasche mit dem passenden spanischen adapter ja das wäre der tipp gewesen und jetzt geht's los bis dann ihr folgt ihr könnt uns begleiten im prinzip unseren kanal abonnieren und dann geht's weiter